Hey Leute und herzlich willkommen hier bei TipTapTube und zu diesem neuen Video ganz kurze Erklärungen zu meiner Hand erstmal, das könnt ihr mehr auf meinem Kanal sehen zweitens, ich kann auch kurz trotzdem erzählen was hier passiert ist wir waren nämlich Möbel aufbauen beziehungsweise eher Chrissi, ich, Mama, Papa und der Vater von Chrissi, wo warst du eigentlich? Ich glaube, ich war mein Kumpel mit dem Kumpel war Döner essen glaube ich und dann haben die mich auch im Krankenhaus besucht das war mal sehr nett von euch, ich war nämlich kurz im Krankenhaus ich habe mir nämlich meinen Finger reingestitten also, und wie es war sehr unangenehm, aber das, Sarah würde es heute gar nicht gehen, bevor es alles losgeht lasst den Daumen oben, dann vergesst nicht unten äh, lasst den Daumen oben da vergesst nicht Karl kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und heute gibt es einmal die Challenge, du dass man alles kaufen muss, was man richtig erraten würde, das heißt Ash du suchst die Sachen aus, die mir gefallen würden, ich errate das dann anhand des Buchstabenratens und wenn ich das richtig erraten habe dann kaufst du mir das und genau so, du hast es natürlich auch andersrum wir haben mir schon mal ein paar Alphabetzellen vorbereitet und Ash, du kannst ganz kurz einmal draufschreiben äh, wie viele Buchstaben denn dein erstes Wort hat aus kurz, dann kannst du... ich fange an, ich habe schon eine Sache für Ash äh, ich brauche aber noch einen Stift irgendwie äh, oh, alle weggepackt ja und, okay, heute konzentrieren so Ash so Ash das sind deine 6 Buchstaben du darfst es raten ich gebe dir einen Tipp, fang am besten mit den Vokalen an das ist immer das Schlauste glaube ich ne ne, ich mache halt das hier soll jetzt raten was könnte was könnte der für Buchstaben sein? du darfst 5 mal was falsch machen und sonst hast du unendlich viele Versuche quasi also du müsstest es wohl haben aber 5 mal falsch, dann gäbe es das leider nicht für dich und das wäre echt doof weil das ist was richtig cooles was würde ihm richtig gefallen Leute gefällt es dir? weiss ich nicht ich sag nichts dazu du musst raten was für Buchstaben können drin sein? ist drinne ein A ein A? oh oh nein nein das ist leider nicht drin so, einer falsch wie viele Buchstaben darf ich hier strechen? egal also du darfst 5 falsche haben 5 falsche Buchstaben ist drinne ein... na? was könnte drin sein? ich halte mal kurz unten zu kurz unten zu das Wort ist wie Bugs der wird sich so freuen wenn er das hinbekommt ne? ok Ash so, noch weiter was könnte noch für ein drin sein? was könnte noch drin sein? ein E ein E ist nicht drin oh oh das sieht echt nicht gut aus für dich 3 Sachen hast du noch falsch haben Ash sonst wirst du raus für diese Runde und er bekommt es nicht ist natürlich auch gut für mich weil ich es nicht bezahlen muss ok, was kann noch drin sein? ein U ein U ist tatsächlich drinne Shiava ein U ist drin äh hier an dritter Stelle ist die U du meinst es gefällt mir das weiß ich nicht könnte sein, dass es dir gefällt könnte sein, dass es überall alles hasst wer weiß ist ist drinne ein o ein o o o nein nein kein o das sieht echt nicht mehr gut aus du hast noch 2 falsche Versuche die du haben darfst ansonsten bist du für die Runde out ähm was darf man was darf man ist drinne ein b b ist tatsächlich nicht drinne doch Spaß ist drinne ja b hast du oh ja ok ein buch ich glaube man könnte das willst du dir das mal angucken also er könnte es erraten aber wenn ich es komplett sagen muss falsch ist dann habe ich gar kein Versuch mehr ne dann bist du am Ende ok also wenn ich es komplett sagen möchte aber was falsch ist ich hätte so eine vermute aber ich weiß nicht auf löst gesagt nimm buchstaben sonst was darf man noch 2 falsch haben mhm was denkst du was ist sag mal ein Buchstaben daraus und dann ein Buchstaben daraus ein Buchstaben ja von dem was du denkst was richtig ist ein L ein L ein L kein L kein L kein L das sieht nicht mehr gut aus nein nicht nach rechts ob wir das noch hingekriegt Leute lasst ein Like da wenn ihr denkt dass das verkackt ok wenn ich jetzt falsch sage selbst schafft er das nicht mehr C was will man mit einem er hat gerade ein Buchstaben ein C ne alter es ist ein C tatsächlich drin jetzt könnte man schon langsam ein Buch ein Buch ein Buch ein E-Buch ein E warte mal Ausrufezeichen ne Buche ich hab's nein es würde mit dem Buchstaben hin passen irgendwas wäre das denn oh nein ich glaube fast er hat's oh nein was denkst du ich mach erstmal mit dem Buchstaben ein K K ist drin ein K ich glaube er hat das ein S ein Buch er hat's ja okay das heißt jetzt geht's erstmal V-Bucks einkaufen für Ash ich muss es verzahlen geht auf meinen Dacken also jetzt gibt's hier für Ash ich hab ja nicht gesagt wie viel also ich glaub macht kurz nochmal eine Beschränkung irgendwie für 5 Euro darfst du bekassen Spaß ne vergiss es ne vergiss es ne vergiss es ne vergiss es eine einzige ne eine einzige ne eine einzige was ist denn jetzt los ne ne für mich eine für dich ne ich wollte eigentlich doch gut machen wie hallo wir haben das nicht beschränkt vorher das ist jetzt dein Test also Leute darf mich das beschränken das geht auf deinen Nacken in mein Gesicht ich würde sagen das kriegst du zurück ja ok ist an? ja und jetzt geht es auch schon in die zweite Runde Ash schreib dein Wort auf bis wo wir sind schreib es lieber nicht auf sondern schreib auf wie viele Buchstaben das hat und let's go warte ausguss und die Striche werden gezeichnet aah Ash hier muss das Wort erraten das wird bestimmt cool es ist doch was cooles oder? du hörst gar nicht mehr auf zu schreiben was ist das denn? was hä hast du gesehen wie viele Buchstaben es sind? Ash äh das ist dein Ernst? das ist ein Selfie der Buchstaben mindestens einmal drin ein A äh sag nicht dass das jetzt kein A hat mhm hä kein A ok kein A dann wegstreichen wo ist denn in die Handyhülle kein A drin? an die Hülle achso iPhone 11 Hülle ok hier ja Kamera läuft ne? ne also mach jetzt an wieder ne die ist jetzt auch die ist jetzt an ok jetzt also ein A ist nicht drinne wie wärs mit einem E komm schon E ist drin oder? warte mal das muss überlegen ja das ist vorhin immer so lang warte mal an welcher Stelle drei vier drei fünf ich muss überlegen an welcher Stelle das E ist ist da noch ein E in diesem irrsinnig langen Wort oder vielleicht zwei drei das sieht aus als ob da noch ein paar mehr drin sind ah das kann dauern jetzt hier ne? ich muss ja lange überlegen und das sind insgesamt drei Es drin und ich glaube Ersch hat gerade bemerkt dass da irgendwie Stress zu viel war wie sieht es aus mit einem M? Mh 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 kein M da drin das ist echt mies NIE A E I I I NIE 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 Okay es wird auf jeden Fall hier steht iPhone das habe ich dir das habe ich dir saved das iPhone steht wenn nicht dann weiß ich nicht weiter Was bekomm ich wenn es nicht steht? Was? Was bekomm ich wenn es nicht steht? Nichts das muss da stehen als ob da kein iPhone steht also was ich jetzt hinschreibe ich? P-H-O-N-E und wir sind 1 2 3 4 5 6 7 buchstaben danach noch mal iphone sind da zahlen drin oder sind zwei leute 1 ist ein 1 drin ja wir noch noch zahlen erraten jetzt hier von 11 die zweite 1 noch nein iphone 1 10 also null mann wieso nicht ein iphone 11 und was hat der rest von 10 und weiter drin das kann glaube ich es nur noch eins werden es kann nur noch es kann nur noch eine sache werden hinten wie wäre es mit dem u wie wäre es mit der l sagt iphone 10 hülle warum nein egal ich sagen kaum ein und die nächste runde beginnt leute falls es noch nicht getan lassen wir mal da oben da und es sei bereit es wird was richtig krasses mama würde es nie erlauben das wird sie den jahr freiwillig holen also echt jetzt nicht aber wenn es jetzt und kauft ich dir das versprochen es ist richtig gut wie viele buchstaben denn es sind zwei wörter zwei teile aber ich habe immer noch was zu sagen wenn ich das nicht gut finde dann kaufen wir das auch nicht doch das kauft was erraten würde es was ist da drin für ein buchstabe nein ja ja warte ist tatsächlich einmal am anfang ja das war es zwei essen drin ja am ende ist nicht richtig nein kein u leider falsch du mit deinem finger ja das ist ein o ist leider auch nicht drin jetzt bist du ein bisschen fix vor was ein ende ist drin und sogar zweimal leute wenn ihr jetzt wisst was das ist schreibt man kommt daran was das sein könnte was war man niemals erlauben würde zu holen das könnte man schon erraten auf jeden fall d d ist auch drin irgendwie weiß das das ist auch drin zweimal jetzt kann man das sagen was das ist das hat er gerade schon was nein 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 wir gehen jetzt einen kauf was müssen haben müssen ganz viel es darf kein ganz viel andere lust let's go also jetzt befinden wir uns haben wir einmal die energy drink auf direkt ab und das gibt es gar nicht so riesen auswahl ich habe nicht mal einen erlaubt er darf nicht er ist zu klein ich finde es richtig toll wenn du ganz viel deswegen so zehn stück oder so max von jeder sorte ein oder so was kann man auch mal machen ich trinke auch ein bisschen mit okay also ich kann es davon einnehmen hier oben nehmen auch noch einen von hey guck mal das sieht so schön blau und lila nein lass das jetzt alles hier drin es ist alles so bunt hier wir müssen von jeder farbe eine sache nehmen das geht nicht das geht nicht nein nein er darf es nicht er darf es nicht ja blau haben wir noch nicht energy ist ab 16 oder 18 18 wie alt warst du noch mal gleich wir machen fette party ich habe überlegt denn halloween geht nicht aus ich auch nicht ich verkriege mich auch wir machen lieber party so jetzt gibt es 18 ich werde niemals drauf kommen sagt man sieht so ziemlich gar nichts was du da machst also 0 ich sehe nur eine buchstaben sind denn das was 4 5 6 7 8 9 10 11 12 was hast du denn für wörter ausgehalten also ohne witz was das ist da drin ist das richtig warte mal erst mal kontrolle erst mal aus kurz ist ein a drin fangt immer mit a an ja klar also a e i u u dann ist einfach mal durchgehen so ein bisschen ist ein a drin nein kein a da drin shit kannst du das irgendwie da so machen dass ich das auch mal sehen kann weil sonst sehe ich nix auf dem bein ich gehe mal eine andere rennenfolge ich mache mit b weiter oder ich werde mal was oder z ist ein z drin nein dann mache ich andersrum b b ja ein b ist drin oh my god was ein b ist das schon mal drin ein b ist das so ein b ist das so ist ein c drin nein nicht 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 scheiße wieso ist das ganz e drin ok äh b c d oh ich glaube kein d ich glaube das noch nicht ist da ein e drin ist da ein e drin ja ok ein e ist auch viel weiter drin vielleicht ähm was gibt es denn noch da ist ganz viel ne ein zweimal e ne achso er merkst du meinst das c ne also z ist da doch drin hä er wollte schummeln glaube ich eins ab nein ich glaube es nicht richtig wo ist das c warte wo ist das c wo ist das c er hat durchgestrichen warte wenn er das c nicht erkannt hat warte was könnte das sein wenn er das c nicht erkennt das war so ein c h so ein bisschen da geht ich als nächsten Buchstaben nehme ich das h das war es wohl ich nehme ein zudier ja sag ich mir kurz das Wort b b b b l vielleicht ne warte ich muss kurz rausschneiden warte vielleicht könnte das was ist denn das bäre das ist noch eine spinne ja wir haben die auto voller spinnen doch eine kleine das könnte so viel sein ähm a e habe ich i habe ich könnte bei e safe nicht doch oder vierte strich schon der dritte ist aber nicht drin Ist ein U da drin? Ein U. Ich hab bald alle Vokal durch, sieht nicht mehr gut aus. Ein U ist drin! Oh Gott! Sogar zweimal? Zweimal! Was endet denn am Ende mit ein U? Warte, wie fließt ihr dahinter? Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Aber es macht gar keinen Sinn. Was ist das für ein Wort? Es ist was für deine neue Wohnung. Er gibt dir schon Tipps. Ist ein L da drin? Oh nein, er gibt dir noch Tipps. Achso ey, gibt's da nicht? Das musst du jetzt nicht. Okay? Hä? Dann weiß ich nicht weiter. Hä? Er verarscht. Er verarscht. Was denn jetzt? Ey, das ist so verwirrend. Beleuchtung vielleicht? Ja! Das heißt, du hast verloren. Glaub dir nix, Mann. Ist das Beleuchtung? Was willst du denn mit Beleuchtung nehmen? Hä? Was stellst du denn eine Beleuchtung vor? Beleuchtung. Eine Glühbirne. Ich hab irgendwie... Ach, eine Lampe? Eine einzige. Das ist der großzügige heute. Aber ich würde sagen, vielleicht kriegt er noch mehr raus. Jetzt schauen wir uns mal nach Lampen um, weil ich darf mir eine Beleuchtung aussuchen. Ja, dann mal los! Überall. Es sind Lampen. Es ist viel zu viel. Ich war noch nie Lampen kaufen. Und wer jetzt auch glaube ich nie wieder... Wer macht das freiwillig? Es sind Milliarden Lampen gefühlt. Man kann ja gar nichts suchen. Alle Gänge sind voll. Ja, das ist doch... Alle sind voll und die sehen manchmal so komisch aus, die Lampen. Also... Da denke ich mich, wer kauft sich sowas? Und vor allem das... Das soll hier eine Lampe sein? Oder? Ne, das ist nur eine Kugel. Ach, das sind Außenkugeln. Hä? Das ist viel zu viel hier. Die kommen im Ziel leer, Leute. Also hier sieht es doch schon schön aus. Also wirklich. Wir finden zum Beispiel nicht echt nass. Also die ist halt so schön schön. Alles drum und dran. Aber ich glaube, ich habe schon eine gefunden. Wir sehen gleich mal, ob ich die... Bist du dunkel? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt. Ich würde sagen, ich habe auch eine schon im Auge. Wir werden gleich sehen, was das ist. Aber... Ich darf mir... Darf mir theoretisch so viele kaufen, wenn ich möchte? Weil er ist jetzt gar irgendwie eh nicht. Wo ist der eigentlich? Eine. Eine? Und wir können die mal reinlegen und ein paar mehr kaufen. Das ist halt wieder, oder? Also... Eine. Ach komm schon. Eine. Nee, das sind Baulampen. Baustellen-Dinger da. Ich habe einen im Auftrick. Wir sehen jetzt gleich mal, welches wird. So, und da haben wir auch die Lampen... Ach Gott. Ach, ein Fernbejünger ist das sogar? Ja. Chillig. Wäre ich zwar wahrscheinlich nicht gebrauchen, aber chillig. Da Ash immer so lange Wörter benutzt, habe ich hier heute auch mal etwas mehr. Warte ich kurz vor Kontrolle, ob das richtig ist. Oh Gott. Das ist doch nicht dein Herz, oder? Wer redet das? Ich hoffe doch nicht. Das könnte teuer werden. Uh! U! Nee, U ist tatsächlich nicht drin. Boah, schade. Das wäre cool, das wäre cool. Ey, ich habe tatsächlich keinen... Wo ist das da? So. K! Was für K? Wie kommst du auf K? Nein. K ist nicht drin. Auf keinen Fall. Komm, warte. Ash, komm mal warte. Für Abwechslung. Ja? S-C-H. S-C-H? Ja. Soll ich das als drei Buchstabe gelten? Nein. Zählt nicht. Dann hast du verkackt direkt. Nein, als ein... Ist nicht. Kau, guck mir raus. Was ist jetzt drin Ash? Gibt es noch irgendeinen Buchstaben, den du denkst, der drin wäre vielleicht? C? C? C ist drin. Ich weiß, ob du damit zu viel anfangen kannst. H? 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 Das war es dann aber auch. Äh, warte mal. N? Ein N? Uh. Was brauchst du da eigentlich? Ein N ist tatsächlich nur einmal... Oh nein, jetzt wird es eng. Oh Mann! Das ist so der Buchstabe. Scheiße. Y? Hä? Ninjago. 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 Ich sag mal nichts. Also wenn du gleich noch einen falschen hast, dann hast du das leider nicht erraten, oder? Da zittert schon jemand, oder? Nein. P? P? Echt jetzt? Ich sag nichts, ich will nichts sagen dazu. Keine Tipps. Alles cool. Keine Tipps. Keine Tipps. Wenn du es da rätst, ist es richtig doof. Also du kannst irgendwas raushauen auf irgendein Buchstaben. So komm jetzt. V. Ich glaub dazu wohlwörtlich genommen mit irgendein Buchstaben. Ein V ist da natürlich nicht drin, ey. Okay, der hat... Das war's dann wohl. Keine Nintendo Switch für dich. Es wäre so offensichtlich gewesen. Ich weiß gar nicht vieles nicht... Lauf nicht das Auto. Ich weiß gar nicht. Wird ihr das erraten? Ich meine, Nintendo... Hm. Vielleicht hätte er gedacht, dass er irgendein deutsches Wort sucht oder so. Ciao! Ich würde sagen, nächste Runde... Das geht gut aus. Das wäre teuer gewesen. Das wäre echt teuer geworden für mich. Ist doch jemand traurig. Vielleicht hast du nächstes Mal mehr Glück, aber... Hey. Ich werde weiter raten gleich. Hallo. 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 Ich glaub, wir müssen an der Stelle abbrechen. Nee. Time out, time out, time out. Keine Kapuze. Das sieht so richtig cool aus, ey. Mir ist doch so ein bisschen kalt. Guck mal, Max. Ja, was gibt's? Guck mal. Ich hab immer so lange Wörter genommen, ne? Ja. Und jetzt? Hä? Nur drei Buchstaben. Oh, Zettel steht auch. Ich würde jetzt direkt Eis sagen, aber nee. Ist das irgendwas geiles für mich? Gehen wir mal ein paar Vokale durch. Wie wär's mit einem E vielleicht? Nein. Scheiße, kein E da drin. A? Nein. Hä? Äh... Äh... Oh! Das wird knapp. Nein. Hä? Da muss doch irgendein Vokal drin sein. Jetzt hab ich jetzt alle drei... Scheiße, ich hätte noch zwei. Äh... 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 Scheiße. Warte. Ähm... Ein M? Vielleicht? Was ist das für ein Wort? Da hast du nur noch einmal. In dem Wort ist eine Zahl drin. Was kann das denn sein für... I don't know. Du bist echt... Mh... Also ich würd's nicht gerne haben. Sag mal, gähnst du? Du würdest... Du würdest es nicht gerne haben. Was sag mal? Früher ins Bett, ne? Würde ich immer sagen, mein Freund. Steht da mittendrin, weißt du, und gähnt auch noch. Ich würd's nicht gerne haben. Wie wär's mit... Ah, Mann. Was ist denn das? Ein I? Vielleicht irgendwas von Apple? Nein. I... Ein Mac? Willst du wirklich I? Ein M? Stopp. Ein M hab ich schon. Scheiße, nein. M war nicht so. Hä? M und ein I. Also erzählst du eigentlich Double. Hä? Was war denn das? Was? Du würdest es erst machen? Und die Zahl? Nee, das ist das... Das ist das... Wie soll ich das erraten, Mann? Das ist nicht immer ein Problem. Du hättest doch wenigstens ausschreiben können, dass ich wenigstens eine Chance hab, oder so. Aber nee. Ausgeschrieben? Soll ich das mal ausschreiben? Mann, was ist denn das? So ist es ausgeschrieben. Ja, genau. Hättet ihr das erraten? Das hätte Glückstreffer sein müssen, dass ich da irgendein Buchstaben kriege, der zufällig ein Pildernes ist. Oder eine 4. Naja. Du willst mich... Nee. Wollen wir werten? Du wolltest mir nie eine PS4 schenken, sondern einfach nur zeigen, dass... Ich wollte zeigen, dass du schlecht bist. Oh. Ey. Oh, fangen Sie doch. Fangen Sie doch. Fangen Sie doch. Fangen Sie doch. Schauen wir uns jetzt noch mal alles an, was ich gekauft habe. Und gehen aber zu Papa. Fangen Sie doch. Wir sind wieder da. Wir haben hier was. Wir sind leer. Die hat erst leer gemacht. Hau rein. Krieg ich auch noch einen Schluck? Was? Habt ihr noch ein Bier? Ja. Dann kriegen wir auch noch einen Schluck her. Ja. 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 Dann kriegen rote Punkte hier von dem Zeug. Mit Zucker und so... Boah. So. Also Leute. Ganz gut. Also Zucker ist Gift. Ja, ich würde sagen... Anish ist wie du es eiligst zu Ende. Es war ganz natürlich... Hast du das getrunken? Das glaube ich im Leben nicht. Das haben wir uns geteilt. Ich hatte so einen Durst. Ich habe echt gerade beigebracht, dass Weizen auch Gift ist. Ach so. Auf jeden Fall haben wir unsere Lampe geholt. Ich habe jetzt... Die Lampe haben wir leider jetzt im Haus jetzt. Und wir haben ein Eiweißbrot. Das ist jetzt ganz gut. Und hier haben wir dann noch die beiden Dinger hier. Die Esch dann doch zwei bekommen hat. Hatten wir nicht noch mal mehr gekauft? Und die Handyhülle hatten wir auch noch. Ah ja, stimmt. Was fehlt. Aber irgendwie ist sie nicht von echt so. Also das ist irgendwie nicht so cool. Ne, die ist von Apfel. Da fehlt noch so ein echter Poplar hier. Die sind sehr cool. Allerdings würde ich sagen, war es jetzt ja auch von uns. Leider keine PS4 für mich. Leider keine Switch für ihn. Warte, ich habe noch mal kurz eine Frage. Das gehört jetzt aber nicht zum Video. Bei mir auf meinem Kanal hat jemand gefragt, wie man deine Handyhülle kaufen kann und das Bettzeug und so. Einfach Zeitlink bei mir in der Videobeschreibung. Da steht meine Handyhüllen, Doppelpunkt und vieles mehr. Und dann ist da ein Link dazu. Und dann... Wie heißt das? Swook. Swook. S-W-O-O-K. Genau. Also bei dir im Video zweite... Immer in den Videos bei ihm. Ich finde es aber eine Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, Darum soll es gar nicht gehen. Lass uns immer mal Daumen nach oben. Wir wollen nicht noch mehr Werbung machen hier für ihn. Ja? Dann ja. Aber ich würde sagen, vergesst nicht den Kanal kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, schlafen wir jetzt erstmal eine Runde in der Videobeschreibung. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was würden wir euch denn kaufen? Und tschau. 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 Jetzt reicht es auch so, was das Video so wollen. No. Die Karten. Er verliert die Karten. Er verliert die Karten. Schnucki lass das. Hier wackelt meine Deko. Hört auf jetzt. Das ist eh gleich beim letzten Mal kapaziert. Ja, doch. So, jetzt mache ich aber aus. Na, echt so? Ja. Ist echt so. Also, jetzt kommt hier die Anleitung für ein... Komm, ne... Anleitung. Komm, erzähl mal jemand hier. Wie, was soll das denn? Könnt ihr mal erzählen? Ach so. Ja, ähm. Also hier sollen ganz normale Striche drauf. Das Video heißt ja, ich muss alles kaufen, was du errätst. Und einige Wörter vielleicht, also Buchstaben von iPhone 11 sollte draufstehen und bei dem anderen machen wir... Sonst irgendwie so eine Unterstriche oder... Unterstriche und Fragen. Jetzt machen wir jetzt ganz kurz und dann bin ich wirklich fertig. Alles klar. Ja. Was steht denn auf anderen Zettel? iPhone, das andere? Äh... Energy. Ach so, Energy. Ja, okay.